hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rome to the world 2 mit so wir haben letztes mal ein bisschen klar schiff gemacht hier in nordafrika und dass da wurde lündert hier ist die armee die jetzt nach tarako die da wird sie niemals einnehmen können da ist die garnison viel zu groß hier wenn wir dann nach unten ziehen das sind noch mal eine interessante schlacht die frage ist natürlich aber hier bleibt und dann hier die abdrücken müssen wir dann auch irgendwann mal angreifen das machen wir dann nächste runde dann gehen wir mit denen dahin den und in den so hier wollte ich eigentlich auf den römer warten aber ich glaube ich ziehe mit denen jetzt auch nach da damit die hier bei ihr nichts schlimmes machen können das hat wehgetan gut naja solange die überleben es ist in ordnung du gehst jetzt mal nach dir aus genau hier oben wurden wir auch fett angegriffen ja mal wer überlebt aber er sagt wir haben keine chance warum ich trotzdem probieren will ich trotzdem probieren also deshalb wird natürlich heftig aber die stadt hatte glaube ich keine mauern der general ist abtrünnig geworden also was nervt so was nervt weil der ein guter ist ja super cool dann wird er jetzt sterben weiß aber nicht ob ich ich schaue mal kurz ich habe ein ok ich habe noch zwei generäte von meiner eigenen familie hier drin kannst du endlich mal heiraten warum heiraten super flirten der ehefrau ist immer gut hinterhältiger ehemann ist nicht so gut aber du kannst noch nicht heiraten also jeder hat keinen mann doch die hatten man verdammt ok 48 er hat eine frau die hatten man die hat eine frau der hat eine frau man geht die sind alle schon besetzt gut ich glaube diese runde haben wir schon alles gemacht was zu machen ist das ist schon gut so der geht jetzt richtung ihr roll ok der verlegt jetzt alles nach osten das ist nicht so gut für mich jetzt muss ich ja aufpassen dass das war abzusehen weil ich es trotzdem probieren die da sind halt nicht wirklich da wieso nach da gut er greift trotzdem nicht an gut wenn ich da angegriffen worden wäre dann hätte ich verloren mit sehr großer wahrscheinlichkeit weil er einfach kein freies feld wahrscheinlich war da war ein fluss und ganz viel wald das ist für mich sehr schlecht für ihn ist es ja gut was für mich schlecht ist das war halt auch der vorteil von den barbaren unsere krieger dürsten nach eurem blut und hunger nach euren frauen vielleicht könnte man sie mit gold ablenken äh klientelkönigtum das ist ja interessant aber warum der mag mich minus 100 ich könnte annehmen ich werde auch annehmen weil dann kann ich mich ja schneller auf den osten konzentrieren da ist er jetzt gekommen okay das kämpfen wir weil er hat keine chance ich wundere mich warum der sagt er hat eine große chance weil er hat kavallerie das bringt ihnen hier überhaupt nichts wieder bringen ihnen was aber auch nicht sehr viel weil ich nicht auf die mauer 1 2 3 4 6 7 8 9 10 einheiten hat da um die mauer zu erklimmen das ist nichts ok hier sagt ich habe keine chance schön dann muss ich mal beweisen also er wird sicher von hier kommen weil das ist auch der kürzeste weg zum siegpunkt ja aber ich werde mich wieder so aufstellen wie immer eigentlich also er stellt sich aber dieses mal nicht an die ja okay da ist eine stadt davon und das ist ganz praktisch für mich dann hier kommt katapult ihr kam natürlich katapult okay hier gibt es jetzt dieses mal nichts oh schade ja du bist eigentlich egal du kannst eh nichts machen so also er kommt von hier das heißt die hauptstreitkräfte werden von hier kommen dann wird es hier nochmal ergeben und hier und die sind zur absicherung ich will das genau so ich will dass die hier nicht nach das die kavallerie kommt hierhin ich mach dann bei zeiten mal ein ausfall bei ne macht sie nicht weil der hat viel kavallerie das rief nix so dann kommen die mal nach hier bitte schnell wollen die nicht wenn ja jetzt waren die rente ok ob er lässt er bitte gibt mir das kommando aber der ist doch ein die werden ja ziemlich umgeschleudert ich bin mal ehrlich gesagt sehr gespannt ob die das verdammt die das wirklich schaffen oder ob sie wirklich knapp wird oder nicht ich glaube nämlich dass es überhaupt nicht nur eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht das nun jetzt muss ich die darunter tun Doppelklick gemacht aus Versehen Schade, dass man die Besatzung von der Artillerie nicht abziehen kann. Und noch einmal hier rein. Oder auch nicht. Unser General wird angegriffen. Schnelles Marschieren! Befehle verstanden! Schnell vorgegangen! Gut. Ist hier zu? Ja. Wehr-Infanterie-Bereich! Sparta! Auf Nichts-Balance! Speere-Bereich! Sparta! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Schnelles Marschieren! Lass den General in seiner Formation bitte. Das ist halt so übertrieben fies. Das ist halt richtig krass fies. Die bleiben noch da. Weil's die, äh... nicht nur hier runtergehen wollen. Okay, die wollen jetzt die Mauer fertig machen. Ist klar. Nee, ist klar. Warte, dann gehe ich mal wieder auf die Mauer. Hier ist ja immer noch alles in Ordnung. Geschosse in Batterie zu euren Diensten. Geschosse warten auf viele. Wache halten. Steinschleuderer. Der feindliche General ist tot. So, ja. Der hat halt alles getötet hier. Ah, schön. Wie lange noch ist das Tor? Ach, das Tor hat ja gar nichts. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Wir haben die Tore eingenommen. Ja, passt. Wie viel haben wir verloren? Also bei dem haben wir ein paar verloren. Da haben wir ein paar verloren. Aber sonst... Ja, 56 haben wir verloren. Oh, 1150. Gut. Ich weiß nicht, ob das mein neuer Rekord ist. Ich glaube schon. Ich glaube, mein Rekord davor war irgendwie 900. Aber, ja. Sein Problem war wirklich, dass er zu viel Kavallerie hat. Aber selbst wenn das alles noch Schwertkämpfer gewesen wären. Ihr habt ja gesehen, hier habe ich von 120... Also ich habe da 13 verloren. Und selbst wenn... Also der alleine hätte die Zufahrt, in Anführungsstrichen, halten können. Ähm... Und die anderen waren ja auch gesichert. Also... Ja, das können wir jetzt automatisch machen. Aber da wundert es mich, dass ich, ähm... Da wieder vollständige Garnisonen habe. Weil letzte Runde hatte er ja... Äh, ich hargel sie. Äh, ist in Ordnung. So ein Wird erwachsen, das ist gut. Wangehört. Äh, hohe Chance auf Sezession. Ja. Gut. Ähm... Das wundert mich ein bisschen. Ähm... Dass ich hier... Weil die... Die wurde ja... Die wurde ja geplündert. Und warum ich hier jetzt wieder voll habe, weiß ich gerade gar nicht. Ähm... Runde bis zur Kapitulation. Eine Runde nur. Krass. Krass. Hm. Okay, warte, dann... Belagere ich das mal? Okay, geht nicht. Hier warte ich nochmal eine Runde. Ähm... Du... Gehst hier rein. Okay. Das passt. Okay. Das ist kein Problem. Da oben... Ist noch ein Problem. Habe ich hier irgendwo ein Spion in der Nähe? Nope. 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 Ich weiß halt nicht, wo der... ...hin ist. Okay, ich bunkere mich mal kurz ein. Okay, das ist gut. Ähm... Der muss hier auf Hilfe warten. Die in Form von was kommt? Äh... Hier habe ich eine Armee. Da. Mal schauen. Okay, mal schauen. Kommt jetzt zur Hilfe. Okay, der braucht drei Runden bis zu dir. Wie soll ich die mal schauen genannt? Ah, schön. Okay, die... Äh... Vorhin hieß das irgendwie... ...was von... ...Horische Sezession. Das Problem sind die da. Weil... Oh, fuck. Oh, Entschuldigung. Ähm... Ähm... Okay. Also, was passiert, wenn... Ähm... ...die jetzt wirklich... Ähm... Wenn die jetzt wirklich... ...rebellieren... ...dann habe ich hier unten... ...drei Full-Stack-Armeen von den Feinden. Also, eine Full-Stack-Flotte, die richtig gut ist. Und zwei... ...Full-Stack-Armeen. Boah. Und welches Land bekommen die? Afrika. Okay, das passt sogar. Mh... Boah. Was mache ich jetzt? Wenn die noch eine Runde warten würden... ...das wäre gut. Ja. Also, das da baue ich jetzt ab. Weil sonst bekommen die... ...noch richtig heftige Einheiten. Und ich bin ja... ...immer noch nicht mit den Alten fertig. Da ist eine Full-Stack-Armeen. Ja, Armeen. Leider. Uh, der Lally. Okay. Ähm... ...Marsalia. Wer... Wer hat die nächste... Ähm... Wer hat den nächsten Militärhafen? Hier. Willi Bayon. Okay. Ich kann nur... ...seine... ...aufstellen. Also, drei von mir. Und... ...der Rest ist von ihm. Ähm... Ich könnte seine... ...halt auch... ...beseitigen. ...beseitigen. Hm. Das da bringt... ...halt auch nix. Wenn ich das mache... ...dann... ...mh. Also, was ich machen könnte, ist... ...die alle ersetzen. Ja. Ich glaube, das mache ich auch. Gut, der ist krass. Und der wird auch durch einen von mir ersetzt. ...mh. Die sind eigentlich... ...ääh... ...super Generäle... ...und keine Art Generäle. Ah... ...okay. Naja. Gut. Das muss jetzt so sein. Königlich... ...igale. Hartnäckig. Okay. Tapfer. Hartnäckig... ...und tapfer. Das ist ja wunderbar. So, du bist schon... ...äh... ...47. Okay, das ist in Ordnung. Die unbesiegbaren. Die 300. Die 300. Der geht mal kurz raus. Falls nächste Runde es zum Aufstand kommt. Ah, du bekommst auch was. Das ist schön. Du wirst zum Kommandanten. Okay. Das ist auch gut. Ja, passt. Puh, der Lally. Eigentlich wollte ich den hier generell jetzt töten, aber... Ja. Aber wenn es gut läuft, dann habe ich noch eine Runde Zeit. Wenn es schlecht läuft... Beziehungsweise jetzt ist es ja auch eigentlich schon egal. Oh. Ich wollte eigentlich da angreifen. Äh, super. Der hat jemanden getötet. Mein Herr erwartet, dass ihr es für angemessen habt. Ja, können wir machen. Dann mögen die mich mehr. Oh. Belagerung habe ich jetzt voll vergessen. Na, jetzt geht er überall weg. Äh, jetzt... Jetzt brauche ich da bei der Insel eigentlich kaum mehr was. So, jetzt reicht es mir, jetzt würde ich da. Ernsthaft. Das ist so... Komisch. Dass der das immer noch macht. Aber ja, das... Die Unbesiegbaren. Das sind die da oben, ne? Ja. Äh, verfügbarkeit von Söldnern brauche ich nicht. Und jetzt nach Hause zurückgekehrt. Gent behindert. Und natürlicher Tod. Kapitulation. Elendsviertel. Was? Warum denn das? Na ja, okay. Gut, das sind auch unsere Farbbindeten. Ja. So, jetzt ist sie ja schön. Gut, dann haben wir das. Ähm. Denkrisse Bonus. Erkampfabwehr für alle. Äh, das ist natürlich auch gut. Machen wir das da. Du wirst zum Strategen. Wir haben eine Aktion bei Armeen. Das ist gut. Leichtes Mädchen. So. Hm, was will der hier? Was will der hier? So. Gut. Genau, das, das waren die, die... Genau. Die Blutgeschworenen, das ist natürlich hässlich. Ähm, da sind sie. Das ist natürlich hässlich. Gut. Dann, Kapitulation 0. Dann kreif mir mal an. Und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, merke ich gerade. Gut. Dann, danke fürs Zuschauen. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Runde. Der Zorn des Kariokyo-Qs, ähm, irgendwie so brechen. So, die Kapitulation dann entgegen gehen oder die, ähm, befestigen und so, äh, Belagerung heißt das. Gut. Dann, bis dann, dabei. Und da. 164. T Emil. Kind. Bet. Abonniert. Ja. Jun2. itarist.